Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter im Ersten. Bevor ich auf den Wahlsonntag blicke, besser gesagt auf das Wetter des Wahlsonntags, ein kurzer Blick auf den heutigen Samstag mit einer klaren Zweiverteilung beim Wetter. Im gesamten Norden Deutschlands war es eher stark bewölkt, im Süden verbreitet sehr sonnig. Auffallend ist dieser wolkenfreie Klecks hier rund um den Teutoburger Wald des Wien-Gebirge, also im Süden Niedersachsens im Norden von NRW. Die Temperaturen unterscheiden sich eben auch entsprechend unter diesen kompakten Wolken. In Frankfurt-Oder zum Beispiel gab es maximal 19,1 Grad. Am wärmsten war es in Lörrach mit 27,5, aber in Stadthagen, da wo auch die Sonne durchkam, immerhin auch 23,2 Grad. Ich habe auch noch ein anderes Schmankerl dabei, wenn wir Richtung Alpen schauen und zwar vor allem Richtung Tirol. Man sieht ein Bild, das man so nur selten sieht, nur oberhalb von 3000 Metern. Da liegt jetzt schon frischer weißer Schnee, deshalb sehen wir hier zum Beispiel die Ötztaler Alpen, die Stubayer Alpen, hier sind die Hohentauern und hier sind die Zillertaler Alpen. Jetzt ist es mir eingefallen, ich möchte auf diesen Klecks in der Venediger Gruppe, dort gibt es den großen Geiger. Als Beweis ein schönes Webcam-Bild von heute Nachmittag blauer Himmel. Und dieser Berg ist 3360 Meter hoch, das ist der große Geiger. Oberhalb von 300 Metern ist es weiß angezuckert. So viel also dort in den höheren Lagen als Vorgeschmack auf den kommenden Winter. Wir schauen auf die kommende Nacht und sehen im Südwesten erste Regenschauer, die hier herankommen Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz bis in den Süden Hessens. Und auch in Baden-Württemberg kann es schon einzelne Regenschauer geben. Sonst bleibt es trocken und die Wolken ziehen sich langsam hier im Norden weiter nach Norden zurück. Die Temperaturen gehen verbreitet zurück auf Werte zwischen 10 und 16 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann im Südwesten schon mit, also vor allem im Südwesten Baden-Württembergs mit ersten Schauern und Gewittern. Das heißt aber am Vormittag ist der Wahlgang für die meisten Menschen ein Wahlgang bei Sonnenschein, bei nur wenigen Wolken, bei angenehmen Temperaturen und es ist trocken. Selbst im Norden wird es morgen mehr Sonnenschein geben, auch am Nachmittag. Während am Nachmittag und zum Abend sich diese Gewitter und Schauer langsam weiter in Richtung Mitte ausbreiten. Und vor allem in Franken, da gilt das Achtungszeichen, da können die dann auch durchaus stärker sein. Die Temperaturen erreichen die höchsten Werte so zwischen Halle, Leipzig, Dresden, Nürnberg und Passau. Hier sind 26 bis 27 Grad möglich, sonst sind es oft 20 bis 25 Grad. Also ein warmer Sonntag, der Wind weht dazu aus südlichen Richtungen. Wie geht es weiter? Am Montag erreichen die Schauer und Gewitter dann auch die Osthälfte. Aus Westen kommen neue Schauer. Der Montag nochmals Temperaturen von über 20 Grad, der Dienstag hingegen dann schon kühler, mit meistens unter 20 Grad und weiteren Schauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017